Verstanden? Minus 95%. Das müsste eigentlich... Dieses Gesicht dazu. Das müsste eigentlich runtergehen. Ähm... Weil das gekochte Wildbret ist halt besser, ne? Als das gebratene. Deswegen hab ich wahrscheinlich das gekochte hergestellt. Das macht... 5% Infektion. Das ist ja nicht so krass. Äh... Was ist denn jetzt? Achso. Wir haben schon reingetan. Also, Wasser haben wir, glaub ich... Genug. Erstmal. Ja. Das hier... Das hier... Boah, jetzt hab ich's schon wieder nicht abgelegt. Diese komische Waffenteile. Scheißdreck da. Okay. Echt jetzt? Ich hab's... Hä? Ich bin doof, oder was? Achso. Ja. So geht das. Wo war denn... Ähm... Diese hier. Diese hier. Boah, das kann ja nicht schön lang dauern, wenn ich die Materialräder bauen will. Warum? Ich brauch einen geschmiedeten Stahl. Na, den kriegt man ja erst ganz am Ende, gell. Ja. Beziehungsweise das musst du finden, gell. Ich glaub, du musst das... Sicher? Du kannst erlernen. Geschmiedeten Stahl. Ja, Crucible kannst du erlernen. Entweder wenn du... ...Diligenz... ...auf Stufe 10 hast. Und dann... ...Advanced Engineering... ...praktisch als letztes frei hast. Hä? Ja. Oder du findest das Rezept für Crucible. Kannst du vorher ein Crucible herstellen. Warum geht das denn... Hä? Das ist ein bisschen heftig, muss ich sagen. Aber gut. Warum geht das da nicht rein? Hallo? Ich hab ja Glück beim Erkunden finden wir mal so. Warum geht das da nicht rein? Warte mal, braucht der drei, oder was? Tatsache. Oh, das hätte perfekt gepasst. Kann man den aufnehmen? Kann man. Ja. Das dauert 15 Sekunden, was wieder aufzuheben. Was ist das denn? Kinder, Kinder. Was ist hier los? Zementemischer, der kommt dann einfach... ...hier in die Eck rein. Ist scheiß auch drauf. Hallo? Okay. Ein paar Steine sollte ich vielleicht behalten. Obwohl... Ja, vielleicht... Eventuell ja. So. Da brauchen wir ja auch Holz für... Für jeden Scheiß brauchen wir Holz. Echt? Echt? Ich, äh... Ich zündel die einfach mit Kohle an, ja? Ich hab mal 900 Kohle, ähm... Der war dann noch besser. Ich mach das so, dass es genau aufgeht. Ja, ich hab jetzt 1.111 Kohle in dem Chemietisch drin. Das läuft 370 Minuten. Wenn ich das aufteile... Okay. Schießpulver... Ähm... 30 an Beton herstellen. Eier. Das dauert 130 Minuten. Was denn? Schießpulver. Heftig. Dafür sind's halt auch 2600. Nein, du haust nicht gegen deine Schmiede. Das war mir nicht gewertet. Äh... Theoretisch können wir eigentlich, ähm... Losgehen, um Häuser zu erkunden. Ich muss noch ein bisschen Munition herstellen. Ach, scheiße, ja. Ja. Ja, ja. Schon nicht verkehrt. Wir brauchen zwar nicht so viel wie denkst, aber... Ich brauch Blei. Blei hab ich auch nicht mehr so viel. Das ist der Problem. Ich kann genau... ...vier Schuss herstellen. Ich mein, beim Hackgewehr hab ich schon wieder 50 Schuss. Zum Start. Das sind lang, da werden ja jetzt noch keine Häuser. Fürs Hackgewehr, wenn ich das herstelle, hab ich 11. Ist jetzt nicht allzu viel. Ja, also ich hab auch nur noch diese Schuss. Alles andere hab ich auch nicht. Ich hab 8 Schuss. Äh... Ne, 12 hab ich. Ja, okay. An den Materialien, Blei und so, mangelt's mir eher nicht. Er ist... Kann ja nochmal 60 Schuss aus meiner Truhe mitnehmen. Ich hab mal... Ich hab mal die AK, ähm... Nicht zerstört, sondern... Modified, also auseinandergebaut, dass ich die Munition da rauskrieg. Jetzt hab ich 25. Das... Für so normale Häuser sollte es theoretisch reichen. Ich hab auch noch eine Stufe 6 Vorschlaghammer, also... Ne? Ja, ich denke für... Dings reicht das auch irgendwie. Ja, hab jetzt eigentlich genug für normale Dinger. Das dauert so lange, ey. Das ist so lächerlich. Ja, ich lass die... Das Ding einfach mal... Kochen, ne? Äh... Sollen wir Essen mitnehmen? Ein bisschen, ja. Ich nehme mir so einfach so 10 gekochtes Fleisch mal raus. Ich nehme das andere Achtung, das ist gut. Wasser... Tu ich hier rein. Ah, ich hab Geschossspitzen einstecken, das wollte ich nicht. Also Wasser hab ich da reingelegt, ja. In das Ding. Kannst ja auch einen 10er Stick rausholen. Sollen wir jetzt noch losgehen in dem... Dann wird's... Was ist denn da oben schon wieder los? Hä? Ist gestorben. Wollte ich sagen. Mein Notfalls warten wir einfach im Haus. Na dann. Vielleicht sollten wir hier zu machen, weil... Vorhin ist auch schon einer rein, hast du gesagt, gell? Ja. Warte mal, wie hieß das Ding? Klappt... Wieder mal ein Bunker... Ding bauen. Ja gut, aber... Warte kurz. Erstmal normal. Ich hab für die Double Barry überhaupt keine Muni mehr. Warum hab ich die überhaupt dabei? Drei Schuss. Deswegen hab ich die dabei. Ähm... Sekunde... Guck mal, die baut... Die... Upgradet man nicht mehr mit... Mit... Eisen. Die Dinger. Okay. Da ist jetzt direkt... Direkt Steine. Äh... Wo ist das Ding? Ich weiß nicht, worum's aufgeht. Nicht perfekt, aber ist okay. So. Ich hab's mal zugemacht. Zur Sicherheit. So. Dann gehen wir da hoch und machen einfach... Den Weg nach... Ach, gehen wir einfach links lang. Ist dir scheißegal. Auf der Seite ran. Wow, wow, was ist das denn? Was hast du da abgebaut? Das kocht er jetzt zwei Stunden vor sich hin. Ja, bei mir macht er auch in der Schmiede erstmal alles Mögliche. Ach, Sekunde. Wir brauchen Blei. Äh, aber Blei kann man zur Not halt abbauen in der Mine. Ich glaub... Ja, es gibt überall die Blei, ja. Messing... Ja, Blei ist... Kein Problem, glaub ich. Messing ist... Wenn dann das Problem, weil... Messing ist... Gibt's glaub ich nicht... Ja, aber die... Ja... Jawoll. Die Schäle explodiert. Ich hab ein Jagdmesser mit. Ich hab eins dabei, ja. Er wär gefahren. Dummg. Vor den Hals gestochen, ne. So muss sein. Ich halt immer die Augen offen. Allerdings ist es auch wirklich teilweise schwer, Viecher zu erkennen, wenn du grad am Fahren bist. Weil dein Blickfeld auch nicht so groß ist. Es geht zwar weit, aber das ist nicht zur Seite hin. Achso, wir wollten ja... Sollen wir einfach irgendwo hinfahren? Oder sollen wir hier einfach anfangen? Weiß nicht, ob ich spezielles. Fangen wir einfach irgendwo an. Ja, wir machen hier... Das erste. Hier rechts einfach direkt. Ähm... Okay. Mhm. So muss das sein. Ach, war das nicht die Geschichte mit dem Rüberspringen irgendwie? Ah, ja. Warte, ich... Ich baue wieder Frames. Das ist einfacher, glaub ich. Ich bin zu blöd mit Frames. Ist was drin? Nix. Guck in dem Vogelnest. Ist da was drin? Hm, nix besonders. Wir brauchen Eier. Oh, Missing Türgriff. Nice. Das... sieht schon sehr verlassen hier aus. Ziemlich. Ja, nix so der Burner. Direkt gegenüber. Wollen wir auch nicht wegfahren. Da kann man einfach rein. Hey! Hey! Ich blute! Jetzt rennt er auch noch! Jetzt, jetzt, jetzt... Ne. Oh, shit. Ich kann nicht hauen! Boah, Alter. Voll weg gesmacked. Out of stamina. Hähähähähäh. Au. Man nutzt so die Axt für den. Ich hab nix anders. Ist kein Vorschlaghammer. Aktuell. Er ist zu Hause. Ich glaub, der will was. Man muss hier wirklich alles durchsuchen. in den ganzen Müll, weil da kann immer gutes Zeug drin sein. Guck hier, ein Bleitrophäe und ein Kerz, da wird das Meister. Blei an sich nochmal. Äh, hier ist eine Leiter, okay. Hier ist genau nichts. Äh. Äh, ich hab zuerst kommen. Äh, meine wechseln die Wasserwäsche. Jetzt. Uh. Ach, okay. Äh, na dann. Na dann. Das ist zum Glück gar nicht laut oder so. Aber wir hatten uns zwei Tinten, das muss ich tun. Das ist kein Waffensafe. Das ist ein Ranz-Tresor. Puh. Iron Spear, brauchst du sowas? Hm, nee. Ah, warte mal. Kann ich das benutzen? Wie sieht das aus? Sieht man das? Was denn? Was genau macht das überhaupt? Hm. Nein. So, ich bin in der Hocke. Äh, sieht man das? Was ich dran gebaut hab? Safe. Keine Veränderung. Soll da dran sein. Hm, ein Bypod. Also, äh, so ein, weißt du, zwei Bein. Nee. Dann gehst du nicht hier durch. Hier ist nur ein Ding. Wie wird's? Toll. Acht Federn. Joho. Gib mir was. Gib mir was. Toll. Verschimmelndes Fleisch. Sehr geil. Ah, was ist das denn, ey? Ich glaub, da will einer rein. Oh, was ist das denn? Ah. 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 Ich glaube, ich habe ihm sein Bein zerbanscht. Ah, jetzt ist es mir gleich mal gut hier. Komm. Pistol Pete, Feuer, Almanach, Ranz, Ranz, Ranz. Lockpicks. Nicht verkehrt. Aber vielleicht schon ein Waffensafe sogar aufheben. Okay. 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 Oh, Schmerzmittel. Blei, Angelblei. Sonst ist es nichts. Du bist überladen. Nägel. Warum habe ich Nägel mitgenommen? Viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir können doch vielleicht ein kleines Haus machen und dann... Hä, da ist ein Wildschwein drin einfach. Hast du das gesehen? Nee. Da! Oh, es wird Akku. Es wird Akku. Und es ist tot. Ich kann nicht sprengen jetzt. Oh, die geben schön viel Fleisch. 36 Fleisch. Nur dieses eine Vieh. So, warte mal. Das haben wir durchsucht. Das haben wir durchsucht. Die Farm kommt jetzt, gell? Oh. Äh, ich sehe es. Ich sehe es. Hinter dir. Hinter dir. Wo, wo ist der denn hingeflogen? Hä? Ähm. Wir wissen aber, früher das Fleisch, wenn du das einstecken hast, das Zombie angelockt hat. Ich habe... Achso, du hast du ein Messer. Oh Gott. Ähm. Ich bin gerade über einen drüber gefahren und der ist wirklich... Äh. Er ist gen Himmel aufgestiegen, sag ich mal. Aha. Er ist aber wegge... Ich weiß nicht, sollen wir das noch durchsuchen? Ja, bei der Farm hier noch. Ich meine, was soll schon passieren? Ja. Ich meine... Berühmte letzte Worte. Ja, was soll schon passieren, ne? Wir haben manchmal... Wir haben auch keine Zeit zum Warten. Ich weiß, wie es ist. Was? Ich habe gesagt, die haben die ein bisschen abgeändert, die Farben. Ähm. Jawohl. Fleisch. Ich habe mich schon irgendwie sowas gedacht. Ja, da war... Ich weiß, dass da immer welche waren. Aber von außen konnte ich es halt nicht sehen. Ich weiß nicht mehr, ob das immer zwei oder drei waren. Hier gibt es noch noch. Ich glaube, mit Knochen bin ich bedient erst mal. Einziger Nachteil ist, dass man im Dunkeln halt nichts sieht, wenn wir diese Scheiße noch nicht herstellen können. Es geht also. So allzu wenig sehe ich jetzt nicht. Ich bin noch... Ich bin noch... Äh... Feuer... Feuerland. Feuerland. Einmal... Einmal nach Kugeln. Süß! Ich seh den da oben. Sie kommen! Wow! Das ist es. Vergiss ihn, schnell. Der Verbrechende ist schnell. Ich habe noch genau fünf Schuss, gell? Warte mal, ich habe doch Schrot... Sekunde, Sekunde. Wo ist meine Schrotflinte? Äh, 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 du kannst mal sehen. Achso. Warte mal, das hier geht. Siehst du, das, was so schwarz ist? Mhm. Das, was schwarz ist, geht nicht. Das heißt, hier kann man hinspringen. Das sind welche. Das ist ein großer, das ist ein großer. Mit dir dann halt was? Ja. Er ist, ist tot. Du siehst, welche kaputt sind. Äh, was, Alter, was haben die hier gebaut aus der Farm? Risiko. Oh mein Gott. Das ist Jump'n'Run Palace hier. Ich mag das, aber... Das ist Risiko jetzt. Weil wenn da nämlich Viecher drin sind, sind sie mir am Arsch. Ich sag's dir, gell? Äh, soll ich's riskieren? Müssen wir erstmal unten die Typen bewerben haben. Dann werden wir runterfallen. Ich bin nicht runtergefallen. Krass ja nicht. Warte. Ich muss nachleihen. Scheiße. Da drüben ist noch einer. Das ist ein Spinn-Zombie. Weg. Okay, jetzt aber... Ich weiß nicht, soll ich aufmachen? Oder willst du jetzt drüber? Okay. Warte, 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 bleib hier, bleib hier. Kommt das zu dir an? Was ist das? Das sind so Dinge, kannst du dich hochbauen. Äh... Hast du doch Schmerzmittel, oder soll ich dir geben? Ich hab gar nichts dabei. Warte? Ja. Doch, 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 hab ich. Warte, hab ich gefunden. Bist du bereit? Ich weiß nicht, was dahinter ist, gell? Okay, ja. Ich weiß nicht, was ich graduatesze.